Nein, das alles war kein Urlaub, ich war für die Arbeit dort. Hi! Als ich von der Ausbildung gehört habe, habe ich mir das auch anders vorgestellt. Als sie mir dann erzählt haben, was hier zu einer Ausbildung dazugehört, habe ich nicht mehr lange nachgedacht. Ich meine, selbst unterwegs zu sein und den Rest der Zeit die Träume von anderen Menschen zu erfüllen, viel besser geht es doch gar nicht. Ich wollte halt nicht immer nur im Büro sitzen, sondern auch selbst die Welt entdecken. Am schönsten ist es nämlich, Reiseziele zu empfehlen, die man schon mit eigenen Augen gesehen hat. Reisen ist halt einfach meine Leidenschaft. Deine auch? Dann starte jetzt deine Ausbildung im Sonnenklar-TV-Reisebüro. Ausbildung im Sonnenklar, 15 aumentcharged langer丘 Kionenz. Wie groß ist denn Einrufe der Unterhaltung im Lot von einem As uste, D hob es geht es da, und gucken her haben eigentliche die Zeit bis zum Direktieren. 行